Sturm und zurückkommt auf keinen die ertrinken nur und vielleicht doch das könnte man natürlich und dass sie auch noch zu machen und das müssen wir wieder raus ja das müsste man doch machen dass wir kommen auf jeden Fall schon mal machen so ein bisschen wasser mehr um und Die Höhle ist ja doch groß genug. Hier waren wir schon. Was willst du hier und wie kommst du hierher? Ach. Ein paar Jahre später. Wie kommt der aber hierher? Der kommt nicht wirklich hier so aus dem Einerloch? Nee, das halte ich für ein Gerücht. Ein Skelettsbuch. Und wir haben natürlich keine Verkündigung. Hä? Aber wie soll der? Egal. Beim nächsten Mal werden wir dann weitermachen. Ja? Ja?